Wo ist denn das Boot? Platz 64 Ich stehe hier auf dem offenen Airfield und nicht ein Schuss! Oh! Oh! Links ist ein Survivor neben mir! Der rennt jetzt... Keine Waffe, Mann! Der rennt jetzt... Der holt sich jetzt eine Waffe und knallt mich ab, wetten? Hey User! Hello! Der ist zu weit weg, der hört mich nicht. Der wird mich bestimmt abknallen, sobald er eine Waffe hat. Ich muss mir eine Waffe suchen. Friendly, motherfucker! Mach ihn blind mit deiner Taschenlampe! Oh, oh! Ich hab rausgetappt! Ich Idiot! Wieso mach ich das? Warte mal, ich muss mal irgendwie hier... Das sieht man auch mal wieder, wenn ich ingame in der Karte bin. Oh toll, hier spawnt nichts. Warte mal, ich versuch... Jetzt hab ich hier Grafik-Bugs, Alter! Hey User! Friendly! Hi! Ich kann kein QE machen, ich brauch die Taschenlampe. Ja! Wer auch immer hier gerade auf mich schießt... Du bist ein Asshole, du kennst das. Ich stehe hier immer noch neu. Komm schon, gib es mir! Komm schon! Du bist der beste Mann in der Welt! Versuch das mit der AK, du hast es nicht mit der Pistole. Komm schon! Komm schon, ich versuch mehr Bullets! Komm schon! Danke! Jetzt hat er es geschafft! Oh, Hauptsache salutiert mir erst mal noch. Das waren zwei Kollegen. Der eine war bewaffnet, der andere unbewaffnet. Aber lustig, der hat da glaube ich zweimal ganz hier auf mich reingehaut. Und ich stand da die ganze Zeit. Ich wollte eigentlich gerade die Taschenlampe ausrüsten, um zu QE machen, aber... Ich hab den gar nicht gesehen, ey. Er ist auf mich geschossen. Und ich hab sie auf mich. Und ich hab diese Unten.